Da jetzt gefährliche Wetterverhältnisse drohen in den kommenden Tagen in Deutschland. Starkregen ist dabei, zum Teil Schneefall bis in tiefe Lagen und da wird es zum Teil richtig winterlich sein. Tja und auch Sturmböen drohen. Es vermiert sich nun eine regelrechte Luftmassengrenze quer über dem Land. Hier nördlich von uns befinden sich Tiefdruckgebiete in polarer Kaltluft, die eben diese Polarluft von Norden her ins Land drücken. Andererseits bilden sich auch an der Luftmassengrenze selbst wiederholt Tiefdruckgebiete, die uns vom Westen her dann mit kräftigem Regen, mit Sturmböen und auch zum Teil mit Schneefall bis in tiefe Lagen beeinflussen. Bereits am Mittwoch, da akkumuliert sich hier einiges an Neuschnee in der Mitte, zum Teil Nassschnee bis ganz weit herab. Auch im Osten kommt da einiges zusammen zum Teil. Also Vorsicht vor allem vor der größeren Schneemengen hier im Mittelgebirgsbereich. Im Südwesten ist es der Starkregen, da kann es binnen 24 Stunden auch mal an die 50 Liter Regen geben. Im Norden lockern die Wolken zwischen einzelnen Schnee- und Graupelschauern. Zwischendurch wiederholt auf die Temperaturen plus 4 Grad im Norden bis zu plus 11 Grad im Südwesten. Am Donnerstag dann im Süden Sturmgefahr 80 bis 100 kmh, also da ist schwere Sturmböen, sind da möglich. Dazu weiterer Schnee in der Mitte und auch hier im Bereich der östlichen Mittelgebirge. Tja, Straßenglätte inklusive, im Süden wie gesagt windig, im Norden einige Auflockerungen, hier aber Schneeflocken bis in tiefe Lagen. Auch Graupel ist einmal dabei bei maximal 4 Grad hier im Nordosten und bis zum milden plus 14 Grad im Südwesten. Am Freitag dann haben wir ein ähnliches Spiel, weiterhin windig, eine Warmfront, die bringt zunächst im Nordosten noch zum Teil Schneeflocken bis in tiefe Lagen. Sonst ist es eher der Regen, Sturmböen sind weiterhin dabei, plus 4 bis plus 15 Grad. Wir sehen also, diese Temperaturgegensätze verschärfen sich weiter am Wochenende bis zu plus 17 Grad im Süden. Dazu weiterhin einiges am Wind, teilweise auch kräftiger Regen im Südwesten. Es bleibt also unbeständig und stürmisch. Regen im Südwesten Regen im Südwesten Untertitelung des ZDF, 2020